wird auch wieder einiges an soll zusammen zu kommen bzw könnten hier sogar gleich auch noch einen brunnen platzieren so ist man hier am liebsten aber da geht er nicht hin da muss man sowohl die gedauern pausieren und weggeschön außenrum so m m woche 20 leute arbeit okay das ordentlich ein stimmts um um wir machen es mal einfach die da oben als Priorität das markieren ist eigentlich immer wir haben da oben hat die Markierung schon da 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 sehr gut sehr sehr gut ja schön alles da runterbringen das gefällt mir das erfreut mich 20 88 ja gut aber wenn ich da Hauptstraßen mäßig hinbauen will brauche ich fast zu viel schwierig schwierig die die würde auch gerne mal auf stein bauen und die häusern hätte ich auch mal auf stein dann 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 da da was hast du zu bieten dann dann eigentlich nichts was ich jetzt unbedingt will nicht so wirklich so da oben brauchen wir eigentlich nur eisen eigentlich nur äh Pause der wollte auch eisen äh hab ich jetzt irgendwie übersehen so das ding wird auch gebaut wow bin vorgegensmikor gestoßen der pappschutz erhebt auch noch mal richtig da muss man auch mal was überlegen äh 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 jetzt total locker ja super na gut egal da hat dann noch mal drauf liegen und schon zu dir ist das haus ist fertig und die ersten sind schon gleich eingezogen also das hier hat immer noch vorhang meine lieben wir brauchen mehr häuser eindeutig nahrung da machen wir pro jahr grad 4000 plus also das können netter die zwei hier hinten machen oder die drei was ich jetzt abgeschalten habe die haben 300 300 und mit 300 das sind oh ist schon wieder einer verstorben das sind grad mal 900 also wenn es gut läuft 1000 wir haben trotzdem 4000 mehr gemacht fast wenn es unter 20.000 wieder geht dann haben wir halt wieder mehr fällt aber momentan würde ich sagen läuft es so weiter eigentlich relativ gut wie viel waren unsere fische eigentlich 820 fisch allein unsere fische haben und 48.000 der natürlich weil größeren bereich hat wie fährt der die fischen zu zweit 776 abartig was sie gerade alles produzieren da vorrang vorrang das machen wir auf pause da oben fehlen uns noch loxen alles und eisen zum eisen wird er echt knapp gut davon zu kreisen die müssen gerade alles von weiter weg schaffen her schaffen okay das erklärt natürlich so einiges ich habe mir jetzt sagt wir bauen jetzt da mal stein wie gehen weil es doch relativ langer weg ist ja gut den lassen wir mal noch weg bis dahin und bis dahin ja doch mal so so wir können überlegen wir mal von da unten vielleicht auch einen weg aus stein hin ziehen so und ja super ich vergaß damit dass ich hier auch so ein komisches huckliges ding an weg ist so bauen wir überall wo man lange wege haben mal steinwege gleich mit hin da zum beispiel noch da zum beispiel noch und hier oben am besten auch gleich noch weißt du dann einfach unsere weitesten strecken und damit da schnell die leute von a nach b kommen waren da fast lange wege ein paar steinwege ach komm egal so hauptverkehrshute also die kommt der noch stein so noch haben wir es ja hier wird auch noch stein heute laufen auch sehr viele leute die hier wird auch stein ist halt auch hauptverkehrshute oh da habe ich noch einen weg wo viele leute laufen so die machen wir auch noch stein und hier noch so jetzt habe eigentlich alles aus stein haben was wichtig ist jo soll lange wie sieht es denn da hinten aus wenn uns im Häusern ja klar und gleich schon wieder welche eingezogen und die haben schon das erste Kind ei 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 geht da rasant und unser Essen wächst und wächst und wächst er ist auch verrückt da hinten fehlt auch noch einiges ja eindeutig das hat immer eine Vorhabe ich würde am liebsten ja uns sind schon jetzt zwei Leute weggestorben tut mir leid aber wir müssen die Schule leider schließen wegen Mangels an Personal so allgemein den guten Teacher müssen wir leider wegtun und der muss leider auf der Farm helfen hilft alles nichts aber wir brauchen unbedingt die Leute jetzt halt langsam sicher dann starten wir einfach auch mal einfach damit wir hier die Brücke auch fertig haben weil wir brauchen einfach die Leute jetzt auch noch ok oh Gott das kann ich nicht zuerst steinern den Weg ja jetzt wird es interessant da werden wir ziemlich viel Stein benötigen für den ganzen Weg hier aber es hat schon wieder ein Häuschen fertig ah die ganzen Häuschen sind fertig das ist schön ein Farmer Farmer Wendorf Fisherman with Cottage die sind auseinanderzogen nicht so schön Gott mehrhäuser gibt es aber jetzt wir gehen die man jetzt hat sollten überall eine Familie drin nehmen außer die beiden die wohnen alleine das gefällt mir nicht so gut sieht dann überall aus ich will zwar ältere ältere Leute werden hier da verstehe ich es ja nur wenn die allein liegen da ist einfach der Ehepartner schon verstorben aber doch nicht mit der Jungs sind ja Eisen ist low ich weiß unsere Bucke ist auch fertig ok hätte ich jetzt nicht gedacht damit die so schnell fertig wird ähm ja jetzt hat das hier vor brauchen wir wieder Eisen ja brauchen wir Eisen und wir brauchen unbedingt Eisen fällt mir gerade so auf äh Eisen hier gibt es Eisen da gibt es Eisen da gibt es Eisen ja ich weiß wir haben bei Kaisen mehr braucht ihr mir nichts sagen ich habe es gerade schon bemerkt aber ich gebe es nirgends wo mehr Eisen ok gut wir müssen wohl die Überzeiten doch mal ähm die hier in Betrieb nehmen äh ich brauche viel 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 mehr aber wir brauchen viel 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 mehr Leute ne äh Timine lass jetzt mal da oben Timine will ich da oben mitraben okay Gott stimmt ist er hier dann schon fest jetzt